guten kabel salat guten morgen meine damen und herren herzlich willkommen zu einem falsche richtung zu einem weiteren part rocket league dropshot so einmal licht anmachen das habe ich gerade irgendwie vergessen auf dem wir warten sowieso noch zwei sekunden bis der letzte kommt da ist er schon so letzte runde war glaube ich sehr sehr gut ist jetzt schon wieder eine woche her es ist halt die scheiße wenn man hier alles im voraus aufnehmen muss weil man unter woche keine zeit findet so wenn man das sehe ich mich okay der sieht nicht schlecht aus da lasse ich aber erst mal hier batman ja den müsste ich mal nehmen das geht ja nämlich ganz schnell in die falsche richtung fön schön dass das für als punkte für uns gezählt haben ich habe mich gerade eben schon zwei runden aufgewärmt in zwei gegen zwei und drei gegen drei aber extra modus halt noch nicht aber ich dachte bevor ich mich jetzt wirklich überall aufwärme oder ist batman der fliegt vorbei wieder dieselbe ecke scheiße wie war das immer so schön man soll den tag nicht vor dem abend loben ja gut das war gut gemacht von mir als ob das jetzt nicht gereicht hat einmal eine vorlage das wird eng schön nicht so schön der war das mal hier so und dann hoffen wir mal dass das gut für uns ausgeht gut für kein damit habe ich es nicht gerechnet auch sehr schön da haben wir noch einen drauf oder auch nicht um meine tasten sind lauter geworden ich habe einen neuen controller das heißt wir könnten nochmal wieder kasten mit spielen entweder ist mein mikrofon hat mehr pegel was eigentlich nicht sein dürfte oder man hört meine tasten oder ich habe es jetzt einfach nur so doof dass man mich weniger hört als den rest die aufnahme ruckelt so sieht es aus ich muss noch mal gucken ne wir gehen nicht einmal hoch das war nicht perfekt aber oh warte mal na schade wo kriegt er den er kriegt nicht kriegt er den er kriegt er nicht okay also auf batman müssen wir uns schon mal nicht verlassen verlässt du dich auf bett wo immer wie eng da habe ich mich eigentlich gesehen ja auch glück gehabt gut dass die noch einer bekommen hat schön ja den krieg ich nicht gut kontraproduktiv ja der ist auch nicht wirklich gut da halten wir uns mal vorsichtig zurück gehen dann lieber auf den oh das war ein schöner schuss kann man das schuss nennen oh ok ja gut der kriegt ihn ich kriege ihn aber auch ich konnte ihn sogar drüber so geht's auch war natürlich nicht so geplant fuck das war unsere seite so wir müssen jetzt erstmal hier sortieren ordnung ist die erste hälfte des lebens dein ernst ja gut lasst einen kommentar da lasst eine bewertung da wir sehen uns beim nächsten mal haut rein bis dahin tschüssi die die die